Wir sind heute bei Digital Insights. Bei Digital Insights lernen Schülerinnen und Schüler Berufe für eine nachhaltige Zukunft kennen. Wie ein virtuelles Praktikum. In gleich drei Unternehmen, ganz einfach von zu Hause aus. Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich bin Selina und ich freue mich total, euch heute durch diesen Tag zu begleiten. Ich bin Constanze und freue mich riesig, heute gemeinsam mit euch die Workshops zu erleben. Ich bin Isabella und ich freue mich, euch heute spannende Einblicke geben zu können. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe vieles Neues erfahren. Du kannst viele spannende Workshops miterleben und vor allem tolle Einblicke sammeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.